Der Angler und der Rainer, die machen das. Was? Na komm, Toni, du weißt, wovon ich rede. Die beiden machen den Eiger. Wenn's meinen. Komm, Toni, alles was richtig ist, aber die beiden schlupfen wir mit links. Ich kenn nicht, du willst den Eiger doch auch machen. Warum haben wir den Südabsturz gemacht am Untersberg? Du hast selber in der Zeitung geschrieben. Ich weiß, was ich geschrieben hab. Schiss? Ihr habt vor gar nichts Schiss.